Jo moin Leute, herzlich willkommen zur NBA National Basketball Association für die Woche 5 mittlerweile. Season 2023, 2024 mit den Predictions. Los geht's alle, spiele live in NBA League Pass und fallen sollt auf DAZN. Heute um 1 Uhr die Tour Pistons unterliegen die Denver Nuggets 121 zu 133. Charlotte Hornets unterliegen die Boston Celtics 109 zu 119. Washington Withers unterliegen gegen Milwaukee Bucks 116 zu 122. Dann um 2 Uhr Chicago Bulls gegen Miami Heat. Das Ganze geht 132 zu 122 für die Chicago Bulls. Herzlichen Glückwunsch. Dann live auf DAZN und im NBA League Pass Sacramento Kings gegen San Antonio Spurs gegen Los Angeles Clippers. Das Ganze geht 132 zu 99 aus für die San Antonio Spurs. Herzlichen Glückwunsch. Dann Minnesota Timberwolves gewinnen gegen New York Knicks 132 zu 111. New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans verliehen gegen Sacramento Kings 111 zu 123. Dann um 4 Uhr Golden State Warriors gewinnen gegen Houston Rockets 132 zu 111. Dann morgen um 1 Uhr Orlando Magic unterliegen die Toronto Web das 102 zu 105 nach Overtime. Dann um 1.30 Uhr Atlanta Hawks unterliegen die Indiana Pacers 111 zu 133. Philadelphia 76ers gewinnen gegen Cleveland Cavaliers 111 zu 111. Dann um 3 Uhr Phoenix Suns gegen Portland Trailblazers. Das Ganze geht 113 zu 122 aus für die Trailblazers. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 4 Uhr live live auf DAZN und im NBA League Pass. Die Los Angeles Lakers gegen Utah Jazz. Das Ganze geht 132 zu 111 aus für die LA Lakers. Herzlichen Glückwunsch. Und übermorgen um 1 Uhr Orlando Magic gewinnen gegen Denver Nuggets 113 zu 105. Charlotte Hornets unterliegen die Washington Wizards 113 zu 111. Dann um 1.30 Uhr in Indiana Pacers gewinnen gegen Toronto Web das 122 zu 119 nach Overtime. Cleveland Cavaliers unterliegen die Miami Heat 121 zu 113. Atlanta Hawks verliehen gegen Brooklyn Nets 111 zu 132. Dann live auf DAZN und im NBA League Pass. Die Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Das Ganze geht 102 zu 101 aus. Nach nach Overtime die Boston Celtics. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 2 Uhr Houston Rockets schlagen die Memphis Grizzlies 131 zu 111. Minnesota Timberwolves gewinnen gegen Philadelphia Sam die Sixers 132 zu 110. Oklahoma City Thunder unterliegen die Chicago Bulls 99 zu 110. Die New Orleans Pelicans verliehen gegen Sacramento Kings 122 zu 132. Dann die San Antonio Spurs verliehen gegen Los Angeles Clippers ebenfalls 122 zu 132. Dann um 4 Uhr live auf DAZN und im NBA League Pass. Phoenix Suns gegen Golden State Warriors. Das Ganze geht 110 zu 113 aus. Overtime für die Golden State Warriors. Herzlichen Glückwunsch. Portland 122 Blazers unterliegen Utah Jazz 101 zu 105. Und um 4 Uhr 30. Das Topspiel Los Angeles Lakers gegen Dallas Mavericks. Das Ganze geht 132 zu 122 aus. Für die LA Lakers. Herzlichen Glückwunsch. So das war's mit den Predictions. Zur Woche 5 der NBA National Basketball Association Season 2023-2024 Predictions Teil 1 von Teil 3. So wenn heute das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehmen wir uns das Glöckchen hin. Das nicht vergessen. Sagt ihr wenig. Dann verpasst die Kamera. Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Good basket. Ciao.